Was ist los? Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Nix Aggressiver! Ey, ey, ey! Warum aggressiv? Tut mir leid, ich wollte... Mach mal an! Wow, wow, Spano, Kollege! Ey, Kollege, was ist passiert, Mann? Ich wollte ihn nur klauen. Manno, wach mich in Ruhe, ja. Come on! Was ist das Problem, ey? Alles gut! Wow! Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Gib das rein! Warum? Was machst du? Soll ich zurück machen? Was ist das Problem hier? Warte, wir gucken hier. Ich wollte gucken, ob er passt zu meinem Auto. Mein Auto ist auch so. VW Passat. Nicht meine gucken. Ich wollte... Wir gucken an das Auto. Okay, tut mir leid, Kollege. Ich gebe dir mein Portemonnaie. Meine Portemonnaie. Nein, nein, nein. Danke. Sorry, tut mir leid. Nein, nein, nein. Kreditkarte. Nein, 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 nein. Wirklich? Was machst du, eylo? Gibst du mir? Kollege, ich muss Flughafen fahren. Nimmst du mir? Okay, okay. Ich muss dein Kennzeichen liefern. Was? Ach so, jede Kennzeichen. Warum hier... Was Probleme? Warum hier die Seiten? Ich habe nur probieren, anprobieren. Ach so, alles gut. Ich meine nicht... Ach so, ich achte aggressiver. Nein. Ach so, ich achte aggressiver. Nein, ach so. Ich habe anprobiert, ob es passt, die Größe. Ach so, alles. Sorry, Kollege. Ich dachte, nee, alles gut. Wo ist der Flughafen? Flughafen. Tegel. Tegel, wir schliefern Kokain, weißt du? Hier drinnen ist Kokain. Nein. Versteckt. Und ich wollte bei dir machen. Ja? Verstecken, wie du liefern. Verstehst du? Nein, vielleicht, ja. Willst du nicht machen? Große Probleme? Nein, nein, Kokain ist große Probleme. Nein, Kokain ist kleine Probleme. Nein, Kokain ist kleine Probleme. Kollege, ich gebe dir... Nein, nein. Doch, doch, Kollege. Ich rufe Polizei an. Warum du rufst Polizei? Das ist alles stabil. Ja. Aber warum? Innen drin ist Kokain? Innen drin ist Kokain. Das fühlt mich nicht gut. Doch. Nein, nicht gut. Doch, das ist gut. Okay, Kollege, dann ich suche andere Taxi. 1.000 Euro? Nein, nicht. 1.000 Euro, aber nein. Gar nichts? Ich habe drei Kinder. Ich habe auch eine. Aber ich wollte nicht haben. Aus Versehen. Okay, Kollege. Andererseits Taxi-Stand. Ja, sehr viel Taxi-Stand. Aha. Was ist das Problem? Was soll das? Kollege, Zapzarab. Das ist Zapzarab, gib mal. Das ist deine Nummer? Ja, das ist meine Nummer. Sicher? Sicher, ja. Ohne Spaß? Ohne Spaß, ja. Was ist das Problem? Gibst du, das ist das Problem. Was ist das Problem? Warum du so aggressiv? Du musst jemanden. Was? Du musst jemanden. Hey! Was ist das Problem? Was ist das Problem? Hey, 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 hey. Hey, wow, wow, wow. Nichts aggressive. Hey, hey, wow, wow. Was ist das Problem? Ich mache Video, schau. YouTube-Video. Sorry, ja. Kollege, Kollege. Hast du unsere Ware mitgenommen? Was ist deine Ware? Unser Kokainowitsch. Was ist deine Kokainowitsch? Du, mitgebracht von Polen. Nein, ich bin von allein. Was ist das für eine Kokse? Ich habe gar nichts damit zu tun. Ich habe gar nichts gemacht. Was ist das? Ich bin von der Jambalamba. Jambalamba? Von Jamb. Ich tausche Batterie. Ich dachte, du schmuggelst Kokainowitsch. Was für eine Sache jetzt? Okay, dann ich komme mit einfach. Ich bin, äh ... Was ist das Problem? Ich arbeite mal. Hallo, nicht aggressiv. Warum so aggressiv, Kollege? Ich bin nicht aggressiv. Ich muss arbeiten, Manu. Warum so aggressiv? Ich komme mit. Ich bin nicht aggressiv. Manu, lass mich in Ruhe. Ja, come on. Was ist das Problem? Alles gut. Was ist das Problem? Warum so aggressiv? Nicht aggressiv. Alles gut. Was ist das Problem? Was ist das Problem, Kollege? Du bist sofort aggressiv. Lass mal bitte in Ruhe. Was machst du da, Mann? Was machst du da? Zapp, zapp, zapp. Jungs, was ist das Problem? Ich mache zapp, zapp. Guck mal, diese Kennzeichen. Warum? Wie? Guck mal, diese Kennzeichen. Warum aggressiv? Willst du mich verarschen? Was bist du jetzt? Tut mir leid. Ich wollte... Hört mal an. Wow, in Spano, Kollege. Hey, sch*** ich gleich lang. Wer bist du eigentlich? Kollege, was ist passiert? Mann. Ich wollte nur klauen. Sorry, Bruder. Ich mache Video. Guck. Sorry, Bruder. Tut mir leid. So. Der Kennzeichenprank ist fertig. Wir packen die ganze Ware ein. Kollege, wir sind fertig. Wir müssen beenden den Prank. Was ist das Problem? Es ist vorbei. Das Video ist schon vorbei, Kollege. Wir können weiter nicht drehen. Wir müssen... Wir können nicht... Kollege, es ist schon vorbei. Verstehst du es nicht? Warum bist du sofort so aggressiv? Jetzt wirklich? So, meine Freunde. Das Video ist vorbei. Kennzeichenprank ist vorbei. Liked mein Video. Kommentiert das Video, damit Aktivität da ist, meine Freunde. Abonniert meinen Kanal, denn mein Kanal ist wieder aktiv, Kollege. Oder? Ja. Wie gesagt, meine Freunde, ihr wisst Bescheid, was ihr machen sollt. Abonnieren, kommentieren für die Aktivität und liken. Ciao. Ja. Haha.